hallo ihr lieben ja ich wollte euch mal ganz schnell zeigen was heute in den shop reinkommt weil ihr hattet euch ja ein video gewünscht wenn die säge in den shop kommen damit ihr das mitbekommt und deswegen dachte ich ich zeige euch das schnell das sind auch wirklich nicht viele sachen aber damit ihr es eben nicht verpasst dachte ich mir ich zeige euch mal schnell was jetzt in den shop bzw es kommt nicht rein wenn ihr das video seht dann ist es schon drin ich habe einmal hier den sag habe ich fertig gemacht den deal an da habe ich jede lila schleife dran ein paar lila weiße perlen und hexen und ihr habt ja schon gesehen wahrscheinlich in den letzten videos und hier ist so ein bisschen ich weiß nicht ob man das sehen kann das kommt vom domen hier oben das sieht man nur in einem bestimmten winkel mal gucken ob ich das irgendwie einfangen kann da sind so ein bisschen so streifen ist nicht ob man das sehr gut sehen kann das aber nicht schlimmer so sieht man es halt nicht nur wenn das licht in gewissen winkel drauf fällt aber ja nur dass ihr es gesehen habt das zieht sich hier auch bis hier runter das passiert einfach manchmal beim dom und ja der kommt in shop oder ist im shop da ist auch noch eine kleine fledermaus drin die sieht man kaum hier fällt da drin rum ja also einmal der kommt rein dann kommt der in grün kommt rein das ist der wo so viel schüttel zeug drin ist da habe ich hier grüne perlen das hat mich irgendwann äpfel erinnert fand ich so cool und auch eine hexe und ja das ist der mit der spinne und hier ist genauso hier sieht man es auch noch mal mit diesen stieren oben drauf ja keine ahnung das passiert einfach manchmal aber ich finde das jetzt nicht tragisch ja das ist der mit der spinne man ist auch ganz cool und dann habe ich noch einen in orange da ist hier der kürbis drin und candy corn da unten und da habe ich orange schleife und diese candy corn perlen und wieder eine hexe dran gemacht das sind die särge mehr habe ich im moment nicht also erst mal nur die drei das kommen zwar noch welche nach aber ich weiß noch nicht wann weil ich weiß nicht ob es hört ich bin total erkältet wieder mal und ja ich habe mich jetzt gerade wieder erholt von der grippe sage ich mal so und ja ich komme im moment einfach zu nix ich bin ja ich war nicht fit und ihr kennt das ja wahrscheinlich will jetzt hier auch nicht lange dran aufhalten nur dass ihr bescheid wisst es wird wahrscheinlich noch mal was nachkommen an sergen aber ich weiß noch nicht wann und wie deswegen sind es jetzt erstmal die einzigen fertigen und dann habe ich das noch fertig das ist dieses polaroid schüttelteile mit dem geist das ist auch echt hübsch geworden das ist auch ganz schön schwer so da habe ich jetzt eine weiße schleife dran passend zum geist und auch diese candy corn perlen und die hexe und das ist wie gesagt gedummt von beiden seiten also auch von hinten das hat so eine richtig schöne kuppel ja finde ich ganz hübsch geworden aber das ist echt schon man merkt dass da viel hart dran ist aber das cool eigentlich ja genau die vier kommen rein dann habe ich noch die pfötchen fertig gemacht die halloween candy corn pfötchen nach wo hängt da ist ein kleiner schlüsselring dran dann ein love charm und auch eine candy corn perle ja die sind auch gedummt die sind so schön ich finde es so hübsch dass sie gedummt sind man sieht es jetzt ja doch mal sieht es glaube ich ein bisschen dass die so eine kuppel oben drauf haben so hübsch geworden die glänzen richtig toll ja davon habe ich vier stück die kommen in den shop sind die hier das sind die neuen und dann habe ich noch hier ein paar alte teile die sind noch von letztes jahr halloween und die stelle ich einfach noch mal mit rein falls jemand interesse hat ich zeige sie noch mal kurz das sind jetzt die die ich direkt mit rein stelle vielleicht kommen noch ein paar ich habe noch ein paar mehr aber ich musste erst mal gucken und ja das ist auch hier mit einer perle und eine hexe am schlüsselring und hier habe ich die eingegossen diese kleinen fischer die hier als schüttelteile drin sind die hatte ich letztes jahr da eingegossen und ja noch mit so kleinen sticker verziert und ja die stelle ich nochmal mit rein die haben hinten sonne so stoff drauf den habe ich lackiert das ist ganz hart sehr sehr cool ja ich habe gedacht stellt es noch mal mit ein das ist einmal der könnt ihr das überhaupt sehen ich mache mal die särge ein bisschen zur seite ich bin irgendwie immer noch nicht so 100 prozent durch aber naja dann den da ist ein durchsichtiger geist auch drin das fand ich auch mal ganz cool habt ihr vielleicht auch letztes jahr schon gesehen da gab es ja auch ein shop update und ja ich zeige es euch nur noch mal ganz kurz hier mit kürbisen und fledermaus dann haben wir noch einen hier so mit geist und sternchen da habe ich irgendwie die augen gar nicht angemalt fällt mir mal so auf das habe ich jetzt ja gemacht das ist ja jetzt doch ein bisschen hübscher mit den augen und dennoch nur mit fledermäusen und zum schluss hier noch so ein ja die kommen auch noch mal mit rein und dann habe ich hier noch fötchen zweimal so es waren ja auch halloween fötchen mit gold mit so spinnen netz dran an der kugelkette es ist irgendwie ein bisschen staubig schon gott peinlich ja die kommen auch noch mal mit rein wer da interesse hat da habe ich zwei stück von politik machen hier einmal den und denen die sind genau gleich und dann habe ich noch zwei von denen hier mit der eingegossenen fledermaus ich auch mal ganz cool da ist auch so ein spinnen netz mit dran ja und das sind ja auch zweimal noch hier die sind übrig geblieben von letztes jahr und wie gesagt da waren noch ein paar mehr ich gebe euch noch unter da waren noch ein paar mehr übrig geblieben aber ich glaube die will ich noch mal überarbeiten wenn ich mir die jetzt so anguckt gefallen mir gar nicht mehr und da werde ich vielleicht noch ein bisschen gebamsel dran machen oder so und werde die dann auch noch mal nachträglich mit einstellen und ja das war es auch schon von mir kurzes shop update wie gesagt weil ihr habt euch gewünscht dass ich bescheid sage wenn die särge in den shop kommen und ja das sind sie jetzt also ihr könnt direkt auf meinen shop gehen link ist in der infobox und dann könnt ihr los shoppen wenn ihr mögt ja ihr lieben dann bis zum nächsten mal es kommt auch in den nächsten tagen noch mal was aber ja wie gesagt ich weiß noch nicht genau wann und ja dann viel spaß beim shoppen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ihr lieben tschüssi